Hi, heute möchte ich euch mal das Weevil 3S Gimbal vorstellen. Bevor das Video beginnt, kurz ein paar Sachen zu mir. Ich bin Niklas, betreibe die Videoproduktionsfirma Nick Visuals Media und heute möchte ich euch, wie gesagt, das Weevil 3S Gimbal von Sion vorstellen. Und zwar erstmal, was ist das Ganze für ein Produkt oder für wen ist das Ganze gedacht? Das Ganze ist ein Gimbal für normale Kameras. Mit normal meine ich jetzt keine Mini-Kameras, also keine Smartphone-Kameras oder irgendwie eine GoPro. Die könnte man wahrscheinlich auch irgendwie hier drauf balancieren. Das Ganze ist aber wirklich für Mittelklasse DSLRs, DSLMs gedacht, aber halt eben nicht für Kinokameras oder für dicke Kameras wie die 6K Pro oder die Blackmagic Pocket 4K, die ich gerade verwende. Die sind nämlich so schwer bzw. breit, dass die hier nicht drauf balanciera sind, wenn dann nur mit ganz vielen Gegengewichten oder so. Dafür bräuchte man größere Modelle. Ich habe zum Beispiel selber auch das größere Modell. Und zwar habe ich noch die Crane 3S. Das ist nämlich ein Cinema-Kamera-Gimbal, da kann man wirklich die ganz großen Kameras drauf balancieren. Dabei handelt es sich wirklich um ein kompakteres Gimbal, was deutlich weniger wiegt und halt eben besser geeignet ist für kleine Kameras. Als Beispiel für Canon DSLMs, also spiegellose, zum Beispiel eine Canon R5, R6 oder die ganzen R-Kameras. Aber natürlich auch für die Sony-Kameras, die Alpha 7 S3 oder Alpha 7 IV, die ganzen Kameras, die wiegen ja alle ungefähr gleich viel. Die lassen sich hier drauf problemlos auch mit etwas größeren Objektiven balancieren. Wahrscheinlich nicht mit den ganz großen Zoom-Brennweiten. Also irgendwas bei 600 mm wird wahrscheinlich schwierig. Würde ich aber jetzt auch nicht komplett ausschließen. Ein paar Sachen, die mir auf jeden Fall sehr gut gefallen haben bei diesem Gimbal, ist zum einen, wie man das Ganze balanciert. Das geht wirklich sehr, sehr schnell. Wenn man schon mal ein Gimbal in der Hand gehabt hat, man macht meistens die erste Achse, die man einstellt, ist diese Achse hier vorne. Als nächstes, also man muss immer die Achsen locken. Dafür gibt es so einen Mechanismus und man macht die alle nacheinander. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Und dementsprechend hat mir das auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ein besonderes Feature, was mir gerade schon direkt einfällt, ist das Licht, was ihr auch schon die ganze Zeit hier vorne seht. Das ist gerade auf der niedrigsten Stufe, weil es sonst komplett überbelichten würde. Und das Licht ist mit 1000 Lumen angegeben. Das ist wirklich für so ein kleines Licht mega, mega cool. Es ersetzt natürlich kein großes Videolicht mit Softbox etc. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ganze wirklich so cool ist. Ich habe auch ein Smartphone-Gimbal von Sion. Also ich bin wirklich selber auch großer Fan von Sion und habe auch schon viele Produkte mit meinem eigenen Geld gekauft. Und ich habe, also das ist ein bisschen kleiner als das hier. Dazu habe ich auch schon ein Review gemacht. Und zwar das Smartphone-Gimbal heißt Sion Smooth 5S. Und das hat auch so ein kleines Licht mit drin. Und da habe ich auch gedacht, das wäre nur so eine Spielerei. Aber in Wirklichkeit benutze ich es wirklich sehr, sehr oft. Vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt Leute filmt, sondern mehr, wenn man als Beispiel irgendwelche Produkte filmt und man möchte noch so ein bisschen Fill Light von unten haben oder man macht eine schnelle Social Media Produktion und hat einfach kein Licht dabei, will unterwegs was machen. Dafür ist so ein Licht einfach sehr, sehr hilfreich. Ansonsten gefällt mir auch sehr gut die Schnellwechselplatte, die man einfach in die Kamera schrauben kann. Und dann kann man nämlich sehr schnell zwischen Handheld und Gimbal wechseln. Und ich habe nochmal so eine andere Schnellwechselplatte hier oben drauf gepackt. Die ist also nicht von Sion selber, weil ich selber ein anderes System habe. Es gibt ja zigtausend Schnellwechselplatten-Systeme. Würde ich euch auf jeden Fall ans Herzen legen, dass ihr da irgendein System euch holt, was halt eben bei eurem Stativ, eurem Gimbal, vielleicht noch bei, ja, weiß ich nicht, eurem Slider oder so, dass das überall das Gleiche ist und ihr einfach sehr schnell hin und her wechseln könnt. Und das habe ich halt eben hier auch. Eine weitere coole Sache ist, dass man einen vertikalen Modus machen kann. Heutzutage ist es ja total wichtig, dass man ein Gimbal auch im Hochformat verwenden kann für Social Media Content. Natürlich bei Cinema Kameras, bei meinem großen Gimbal, brauche ich sowas nicht. Bei so einer Kamera hier ist es sehr wahrscheinlich, dass man was für Social Media aufnimmt und dann macht das manchmal auch Sinn, wenn man weiß, das Ganze wird nur im Hochformat verwendet. Dann kann man das Ganze auch direkt im Hochformat aufnehmen und dafür kann man das Ganze direkt so umswitchen und direkt so umbauen, dass man gar kein L-Bracket braucht, also gar keine externe Platte, die man sich kaufen muss, wodurch man die Kamera anders hinstellt. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich trotzdem machen. Ansonsten bin ich aber persönlich, das ist meine Meinung, immer der Freund davon, alles im Querformat trotzdem aufzunehmen, weil man weiß nie, wenn ein Kunde mal was im Querformat haben möchte und wenn man nur Hochformat aufnimmt, dann kann man daraus kein Querformat mehr machen. Das lässt sich einfach nicht croppen. Während man natürlich bei Querformat immer das Hochformat rein croppen kann, dann hat man natürlich etwas Qualitätsverlust, aber dadurch hat man halt eben auf Social Media ja sowieso nicht die höchste Auflösung. Natürlich verliert man etwas Hintergrund und Schärfe etc., weil man quasi in den Sensor reinschneidet, aber das ist eigentlich noch mal ein eigenes Thema für sich. Ansonsten hat dieses Gimbal natürlich die Standard-Gimbal-Modi, also es gibt einen Modus bei dem, ja, also es gibt einen Follow-Modus, einen Pan-Follow-Modus, es gibt einen POV-Modus, den ich sehr, sehr, sehr cool finde, denn dabei kann man einfach die Kamera so drehen, wie man will und die Kamera dreht sich dann auch wirklich auch auf der X-Achse quasi, dass man halt eben so einen Tunneleffekt machen kann und das benutze ich sehr, sehr gerne für irgendwelchen kreativen Shots und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsshots mittlerweile geworden. Ansonsten kann man wirklich zu diesem Gimbal einfach nur sagen, es ist gut verbaut, was mir ein bisschen, ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ein fester Akku verbaut wird, der aber so groß ist, dass man sich überhaupt keine Gedanken drüber machen kann. Ich hatte bisher noch nie Probleme, durch den Drehtakt damit zu kommen. Man kann den ganz normal über USB-C aufladen. Was ich aber immer ein bisschen gerne habe, ist, wenn man austauschbare Batterien hat, damit man theoretisch bei einem mehrtägigen Shoot nicht immer aufladen muss, aber das ist nur meine Präferenz. Auf der anderen Seite muss man so wirklich einfach nur ein Kabel anschließen und es geht total schnell. Man braucht keinen externen Charger für das Gerät und das gefällt mir da wirklich sehr, sehr gut. Die Verarbeitung ist, wie gesagt, sehr, sehr gut gelungen und das Gerät ist preisig auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig aufgestellt. Also wenn man es jetzt vergleicht mit Produkten von DJI als Beispiel, dann ist das Ganze wirklich in einem sehr, sehr guten Preissegment und kann da auf jeden Fall von den Features mithalten und ist vielleicht sogar in manchen Bereichen etwas besser. Ich habe auch schon Gimbals von DJI genutzt und ich finde auf jeden Fall, dass Sion da eine, also der zweite große Name auf dem Markt ist. Also Sion und DJI dominieren da definitiv das Feld und ich sehe keinen Grund, warum man nicht bei Sion bleiben würde, wenn man eh schon andere Produkte von Sion hat. Es gibt auch eine App zu dem Ganzen, womit man das Ganze steuern kann. Man kann die Kamera anschließen an das Gimbal selber und darüber Funktionen machen. Das mache ich persönlich fast nie, weil ich immer lieber schneller alles an der Kamera einstelle. Das ist aber auch eine Präferenzsache. Es gibt auch zum Beispiel so ein Focus Wheel an dem Gimbal selber, was man dann auch sicherlich noch verwenden kann. Das sind alles Funktionen, worüber ihr euch am besten selber nochmal informiert, da ich die persönlich einfach gar nicht benutze. Ich bin ein Freund davon, einfach die Kamera drauf zu klatschen, das Ganze automatisch einzustellen. Man kann natürlich auch nochmal die ganzen Motoren einstellen, wie stark die jetzt agieren etc. Ich mache aber lieber alles lieber ein bisschen simpler und dafür ist das Gerät wirklich perfekt, wenn man sich nicht zu viel Gedanken über das Equipment machen möchte, sondern einfach drauf loslegen möchte. Deswegen ist es auch sehr anfängerfreundlich und genau dafür ist dieses Gerät gemacht. Ja, wie ich schon erwähnt habe, habe ich auch ganz viele andere Produkte von Sion. Wenn ihr euch die Videos dazu angucken wollt, könnt ihr das natürlich gerne auf meinem Kanal machen und das Produkt findet ihr natürlich auch in meiner Beschreibung, genauso wie mein anderes Equipment. Vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich sehr über ein Abo freuen oder ihr könnt mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.